Hey ihr Lieben, heute zeige ich euch einige Tricks und Experimente mit Feuer. In diesem Experiment können wir sehen, dass wenn ich die Kerze auspuste und eine Flamme an dem Rauch halte, dass die Kerze wieder angeht. Es scheint so, als würde der Rauch ein Feuerleiter sein. Ich habe dieses Experiment im Internet gesehen und da war es sogar so, dass jemand die Kerze mit einem Abstand von 10 cm durch den Rauch wieder anbekommen hat. Das hat leider bei mir nicht so geklappt. Bei mir ist der Abstand bei ca. 3 cm. Wenn jemand weiß, warum die Kerze durch den Rauch wieder angeht, so schreibt es in die Kommentare. Für dieses Experiment braucht man eine Schüssel mit Wasser mit ein bisschen Spüli drin. Und dann drückt man Feuergas oder wie ich Plutangas rein und es entstehen solche gasgefüllten Blasen. Dies kann man dann auf die Hand nehmen und anzüten, ohne sich dabei zu verbrennen. Der erste Versuch ist ein wenig eskaliert, da ich leider die Schüssel unter meiner Hand gelassen habe und sich in der Schüssel alles entzündet hat. Dieses Experiment solltet ihr auf keinen Fall nachmachen. Ich zeige es euch nur zur Unterhaltung. Diesmal ist die Schüssel weit genug entfernt. Na, das sieht doch voll cool aus, oder? Machen wir weiter. Nun zeige ich euch einen kleinen Trick. Der Trick ist zum Beispiel nützlich, wenn ihr mit jemandem wetten wollt. Wenn man ein Streichholz anzündet, geht die Flamme nach oben und das Streichholz ist schnell verbrannt. Doch zündet man das Streichholz an und macht dabei solche Bewegungen, kann man es viel länger in der Hand halten und ihr gewinnt die Wette. Ich zeige euch noch, was somit ihr mit jemandem wetten könnt. Wir stechen ein Loch in die Streichholzschachtel und drücken da ein Streichholz rein. Dann bauen wir es auf, wie gezeigt. Das Streichholz liegt nun auf der Münze und liegt am anderen Streichholz an. Jetzt muss man versuchen, die Münze runterzunehmen, ohne dass das Streichholz umfliegt. Das ist so gut wie unmöglich. Nur mit diesem Trick wird es kinderleicht gehen. Man nimmt einfach ein Feuerzeug und zündet die Streichholzer an. Die beiden Köpfe werden nun zusammenkleben. Und wenn man es auspustet, kann man die Münze anschließend easy runternehmen. Hier habe ich ein Hygienegel, was ich auf meine Hände schmieren und anzünden werde. Auch das solltet ihr auf gar keinen Fall nachmachen. Das mit dem Podangas hatte nicht wehgetan. Aber hier wird es nach zwei Sekunden ziemlich heiß. Ich finde die Farbe vom Feuer total cool, weil die komplett blau ist. Hätte ich das Licht nicht komplett ausgeschaltet, würde man die blauen Farben nicht sehen. Ich zeige euch noch, was cool ist. Das könnt ihr euren Freunden oder sonst wen zeigen. Es heißt, Opa kriegt einen Steifen. Das ist kinderleicht zu machen. Zwei Streichholzer einer Verpackung einklemmen und eins drauflegen. Dann zündet man das an und wartet. Wenn du noch neu auf dem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du diesen abonnierst und zu TommiFamily gehörst. Ich würde mich auch riesig über einen Like und einen Kommentar freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tommi hat euch lieb. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.